Mein Name ist Nikita Ebel. Ich bin 18 Jahre alt und spiele die Position Stürmer. Mein bisheriger Verein ist der FC Staufen. Mein Vorbild ist Tschuba. Meine Mannschaft bei FIFA würde ich PSG nehmen. Meine persönlichen Ziele sind so gut wie es geht, mich weiterzuentwickeln und so viele Tore wie es geht in der Saison zu machen. Meine Ziele mit der Mannschaft sind in den Top 5 zu kommen und alles zu geben.